Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu unserer Bitcoin Tutorial Reihe. Heute geht es um Mining und zwar praktisches Mining, also was tatsächlich in der Praxis passiert. Ich habe mir überlegt, ob ich euch wirklich zeigen soll, wie man in der Praxis tatsächlich Bitcoin minen kann, aber ich habe mich dagegen entschieden und zwar, weil ich mich einfach stark davon abrate, warum genau, also die Berechnung davon, werden wir uns im nächsten Video genauer angucken. Wenn ihr jetzt aber sagen wir mal in Venezuela seid oder sonst irgendwas oder euch einfach auch nur dafür interessiert und vielleicht einfach auch wissen wollt, was gerade so aktuell ist, dann wollen wir das trotzdem eben uns mal kurz angucken. So, das erste, was ihr braucht, ist ein Mining Pool, denn alleine zu minen ist quasi unmöglich, das habe ich euch ja schon letztes Video genauer erzählt oder die beiden letzten. Und die Pools, die für euch interessant sind, die findet ihr hier. Wenn ihr jetzt einfach irgendeinen von diesen Pools nehmt, zum Beispiel den Arnt Pool, dann könnte ich hier einfach nach diesem Arnt Pool googeln und schon landet ihr auf der entsprechenden Seite. Hier müsst ihr euch natürlich ein Konto erstellen, also ihr seht auch hier, wie viele Petahashes Arnt Pool tatsächlich für Bitcoin gerade hat. Das sind 3200 Petahashes und, also pro Sekunde und dann einfach hier ein Konto erstellen und dann könnt ihr eigentlich alles machen. Wir werden uns Mining noch in der Praxis angucken, allerdings habe ich mich speziell bei Bitcoin dagegen entschieden, weil ich euch einfach nicht zu irgendwas raten möchte, was euch eigentlich bloß ins Minus stürzt. Das werden wir uns aber noch genauer, wie gesagt, angucken. So, also wie gesagt, hier bekommt ihr von Blockchain, bekommt ihr sozusagen die aktuellsten oder besten Pools, die man so finden kann. Denn ich meine, die besten Pools sind natürlich die, die die häufigsten Blöcke finden. Sprich, da bekommt ihr auch was für eure Shares. Wenn euer Pool den, ähm, den Block nicht findet, dann bekommt ihr natürlich auch nichts für eure Shares, sondern erst, wenn ihr wirklich wieder auch einen Block findet. Deswegen hier vielleicht auch ein großer Pool, der interessant für euch ist, aber, ähm, ja, je nachdem wie groß ein Pool ist, ist natürlich auch die, äh, der Target-Bereich im Pool deutlich kleiner und anstrengender für euch. Okay, ähm, dann die Miner, die vielleicht in Frage für euch kommen. Ursprünglich dachte man mal, haja, man meint auf einer CPU, das reicht völlig aus. Dementsprechend hat auch Bitcoin Core, also das, was ihr, wenn ihr Bitcoin runterladet, ähm, und die volle Dröhnung mit Fullnode und so weiter habt, dann habt ihr einen CPU-Miner permanent am Laufen. CPU-Mining ist aber so unglaublich ineffizient, dass es halt einfach schon lange nichts mehr bringt. Also mit einem, wenn ihr mit einer CPU meint, dann habt ihr vielleicht, keine Ahnung, jedes fünfte Jahr im Schnitt höchstens, naja, eher seltener, habt ihr mal einen Block gefunden? Ne, eigentlich seltener. Ähm, das lohnt sich auf jeden Fall nicht, ähm, deswegen, ja, lohnt sich eigentlich auch nicht, hier irgendwie den Standard-CPU-Miner laufen zu lassen. Deswegen hat man irgendwann angefangen, für Grafikkarten-Mining zu betreiben. So, Grafikkarten-Mining, das ist einfach irgendwelche Open-Source-Software, mit der ihr dann sozusagen minen könnt auf eurer Grafikkarte. Das ist das, was man für die meisten Alt-Coins auch wirklich benutzt. Allerdings für Bitcoin nicht, für Bitcoin benutzt man ASIC-Miner, dazu gleich mehr. Ähm, diese Miner findet ihr dann hier meistens unter dem Wiki, das heißt bitcoin.it slash wiki, und da findet ihr einfach haufenweise Miner, also OpenCL-Miner sind Grafikkarten-Miner. Hier findet ihr auch sehr, sehr viele davon, ähm, und das ist jetzt einfach mal einer, den ich rausgepickt habe. Ich habe ihn selber nicht laufen lassen, wie gesagt, Bitcoin zu Minen lohnt sich aktuell nicht mehr wirklich. Okay, wir sehen hier also, man muss ein paar Kommandozeilen-Optionen setzen, wie das genau geht, das erfahrt ihr, wenn ihr meine Linux-Tutorials anguckt, aber das ist jetzt auch nicht wirklich relevant. Ich wollte euch einfach nur mal zeigen, wie so ein Mining-Equipment oder wie so ein Mining-Software im Endeffekt aussieht. Wichtig ist, dass ihr das Ganze auch auf GitHub findet, und hier könnt ihr euch natürlich jederzeit den kompletten Source-Code angucken, und das heißt, ihr könnt hier zum Beispiel sagen, ich will wissen, wie sieht denn genau der Miner aus, und dann könnt ihr hier sagen, ah, okay, ist ein Python geschrieben, wunderschön, ähm, vielleicht kann ich damit was anfangen, und jetzt kann ich mich hier mal genauer angucken, was jetzt hier gerade so läuft, kann meine Mining-Rate, also solche Sachen kann man da eben machen. Was aber vielleicht auch sehr interessant ist, ist, dass hier das ganze Repo seit mehr oder weniger fünf Jahren still liegt, und so ist das mit eigentlich jedem Grafikkarten-Miner überhaupt für Bitcoin. Warum ist das so? Naja, irgendwann hat man auch gemerkt, Grafikkarten können übertrumpft werden, also sagen wir mal, mit meiner Grafikkarte schaffe ich, keine Ahnung, 10.000 Megahashes die Sekunde, das war jetzt so eine geraten Zahl, und man kann sogenannte ASIC-Miner, also Application, Specific Integrated Circuits, also sozusagen auf den Chip gebrannte Funktionen sind das, und die funktionieren natürlich unglaublich schnell, weil der Miner kann wirklich nur genau eine einzige Sache, der kann Hashes berechnen, und das verdammt schnell. Und deswegen hat man irgendwann angefangen, diese Dinger in Serie zu bringen, und was anderes macht man eigentlich mittlerweile nicht mehr, außer diese Dinger zu optimieren. Und dazu hier eine kurze Vergleichsstatistik hier, also ich habe jetzt hier mal den Link für euch, en.bitcoin.it slash wiki-mining-hardware-comperation, im Endeffekt mining-hardware-comperation für Bitcoin googeln, und dann habt ihr schon was ihr braucht. Und wir sehen hier, es gibt den Arndt-Miner, und der hatte in der ersten Generation 180.000 Megahashes, das war fucking viel. Aber mittlerweile sind wir bei 14, nicht 14 Megahashes, sondern 14 Millionen Megahashes. Und ja, der ist tatsächlich noch verfügbar, den kann man noch kaufen, alle anderen kann man logischerweise nicht mehr kaufen, weil sie veraltet sind, in Anführungsstrichen. Und der kostet aber auch unglaublich viel. Der frisst 1375 Watt und kostet 2400 Dollar, zumindest laut Hersteller. Achtung, die Dinger sind so gefragt, dass ihr sie in der Praxis für deutlich mehr teilweise bekommt, als hier eigentlich angegeben wird. Und dann haben wir hier noch den Arndt-Miner U3, und im Endeffekt alle anderen haben aufgegeben, weil sie es nicht so optimiert bekommen wie die Arndt-Miner, außer vielleicht der Avalon hier. Aber hier fehlen sogar einige Daten, und ja, außer die Watt-Rate, selbst die Hashing-Rate fehlt hier, also alle anderen sind irgendwie discontinued, außer hier noch der Watts-Miner und da fehlen auch die Daten. Also im Endeffekt gibt es nichts anderes mehr, außer den Arndt-Miner. Und der frisst in seiner aktuellen Form einfach mal 1375 Watt. Wie gesagt, zur genauen Berechnung, ob sich Mining jetzt noch lohnt oder nicht, das werden wir im nächsten Video uns genauer angucken. Auf jeden Fall, für diese Arndt-Miner musste natürlich auch Software geschrieben werden, und sehr, sehr spezielle Software war das. Gut, und die findet ihr natürlich auch auf GitHub, und das ist der CG-Miner. Das ist eigentlich der Standard-Miner, den wahrscheinlich die allermeisten benutzen. Einfach nach CG-Miner googeln, und dann habt ihr eigentlich schon alles, was ihr braucht. Das Ding ist in C geschrieben. Ihr bekommt auch hier eine komplette Anleitung. Wie gesagt, ich stelle euch das jetzt nicht genau vor. Ihr bekommt hier die Downloads dafür. Habt hier eben GitHub, das ist das hier. Und ihr könnt ihm sogar schreiben, hier unter bitcointalk.org, wie er jetzt oder was da nicht funktioniert oder sonst irgendwas. Ihr könnt mit einem Pool dann verbinden, hier indem ihr einfach sagt, ich hätte ganz gerne den Pool so und so, mit dem Usernamen das und mit dem Passwort das. Was das genau ist, schauen wir uns in anderen praktischeren Kryptowährungs-Mining-Tutorials an. Jetzt hier definitiv nicht. Also das ist, wie gesagt, ich habe keinen ASIC-Miner, deswegen kann ich euch das jetzt auch wirklich schlecht vorstellen. Das war jetzt einfach nur mal so, was ist gerade aktuell und ja, warum kann ich euch das nicht wirklich empfehlen. Gut, also so ein grobes Überblicks-Video über die praktische Software, die wirklich auch benutzt wird. Wie gesagt, vielleicht ist für einen oder anderen für euch, von euch der Code auch interessant und dann wünsche ich mir natürlich, dass ihr euch den einfach mal reinzieht und sagt, was da jetzt genau auf euch zukommt und wie toll ihr das Ganze findet. Übrigens hier auch ein bisschen Java dabei, was ich irgendwie sehr, sehr interessant fand. Python ist dabei, PHP ist dabei, gut, okay, aber das ist was anderes hier. Und ja, ihr seht auch selbst, dieses Repo hier ist nicht mehr häufig bearbeitet. Also hier 11 Monate und hier ist was, ich glaube, das ist die neueste Datei, cgminer.c, die vor sechs Monaten bearbeitet wurde. Wie gesagt, ein paar kleinere Optimierungen, aber ansonsten tut sich da eigentlich nicht mehr besonders viel. Und ja, das ist halt einfach so der Stand der Dinge. Es lohnt sich aber nicht wirklich und wieso nicht, das zeige ich euch dann beim nächsten Mal. Gut, das war's wieder von meiner Seite, wir hören uns. Bis dann, ciao.